Das Team der Landschaftspflegehof Karlsdorf GmbH begrüßt Sie herzlich in Karlsdorf im Unstruttal. Unsere Heimat ist eine reiche Kulturlandschaft. Sie zu erhalten, zu pflegen und zu schützen ist unser Anliegen. Wir beschäftigen flexible und kreative Facharbeiter und Techniker aus Landschaftsbau, Garten- und Obstbau, Forsten oder Landwirtschaft. Mit modernsten Spezialmaschinen, biologisch abbaubaren Ölen und Sachverstand lösen wir auch anspruchsvolle Aufgaben. Sowohl Großkonzerne und öffentliche Auftraggeber als auch Vereine und Privatpersonen zählen zu unseren zufriedenen Kunden. Unsere Arbeitsaufgaben reichen von Aufforstungen und Aufrebungen, Wasserbau, Großraumpflanzungen und Pflege, archäologischen Grabungen bis hin zu kreativer Gartengestaltung. Auch der Bau der ICE-Strecke Erfurt-Halle-Leipzig ist für uns eine hochspannende Angelegenheit. Wir leben für unsere Vision. Umwelt für morgen. Bauen mit Grün.